Yo, was geht ab, Leute? Wir sind hier gerade in Köln. Wie ihr bestimmt gesehen habt, haben wir an dieser Floß-Challenge Travel Pong teilgenommen. Und alle sind hier normal, außer wir. Warum? Weil wir unsere Schuhe bei dieser Challenge verloren haben. Wir laufen hier gerade barfuß hier rum und alle gucken uns an, als wären wir irgendwelche Mars-Menschen oder sowas. Und immer wenn uns jemand anguckt, sagen wir dann so, hast du keine Schuhe an? Und die fühlen sich dann immer voll verarscht und sowas. Ich finde es mega lustig, auch hier an der Rolltreppe. Die Rolltreppe, die hat mich gerade mega rasiert. Weil ich wollte gucken, ob mein Strumpf da stecken bleibt, wenn die hoch geht. Auf einmal hat die mich mega rasiert. Ich weiß nicht, ob mein Strumpf kaputt ist, aber ist geil. Wir gehen uns auf jeden Fall jetzt neue Schuhe holen. Genau. Und ey Sven, hast du ja keine Schuhe an? Ich hab keine Schuhe an. Ja, das war's jetzt erstmal. Hier rein. Siehst du, also wir gehen uns jetzt erstmal neue Schuhe holen. Und das Ding hat mich vorhin rasiert. Genau das. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video.